Wir werden alle einfach stehen. Ich kann nicht die Job. Wir drücken die Daumen, wir sind leise. Und wenn er sich so weit fühlt und es landet, dann machen wir es einfach nochmal genau wie gerade vorher hinten. Wir stehen hier einfach nochmal alle auf. Dann sitzt hier keiner wieder. Das ist ja eigentlich nicht berührbar. Also, er braucht wohl noch ein bisschen Lautstärke nochmal. Hast du immer noch ein paar Gelegenheiten? Okay, ebenso er hat mich hier bis. Das ist ja. Das ist es! 3-Stand-History in der 3-Stand, und wieder beginnt dabei! 3-Stand-History in der 3-Stand!